Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ist der dritte Band der Harry Potter-Buchreihe von Joanne K. Rowling. Er wurde im Juli 1999 mit einer Startauflage von 240.000 Exemplaren in Großbritannien veröffentlicht. Die deutsche Ausgabe erschien im August 1999 im Carlson Verlag und umfasst 448 Seiten. Wie auch für alle anderen deutschsprachigen Harry Potter-Bände hat Klaus Fritz die Übersetzung besorgt und Sabine Wilhelm das Cover gestaltet. Der dritte Band verkaufte sich schätzungsweise 55 Millionen Mal und wurde 2004 vom mexikanischen Regisseur Alfonso Cuaron verfilmt. Inhalt Der Zauberlehrling Harry Potter verbringt seine Sommerferien wie jedes Jahr bei seinen einzigen Verwandten, den Muggeln Dorsleis, die ihn schlecht behandeln. Im kommenden Schuljahr in der Zaubereischule Hogwarts ist es Harrys Jahrgangsstufe erstmals erlaubt, das nahegelegene Zaubererdorf Huxmeade zu besuchen. Hierzu muss Harry die Erlaubniserklärung von seinem Vormund, dem fiesen Onkel Vernon Dorsley, unterschreiben lassen, der dies jedoch von Harrys Wohlfährhalten in den Sommerferien abhängig macht. Während des Besuchs von Tante Magda, Vernons Schwester, kritisiert diese Harry und beleidigt auch seinen Vater James Potter. Was Harry derart in Aufregung versetzt, dass er seine Zauberkräfte nicht mehr kontrollieren kann und Magda zu einem Ballon anschwellen lässt. Damit handelt er sich nicht nur den Zorn der Dorsleis ein, sondern muss auch einen Schulverweis fürchten. Da dies bereits Harrys zweites Vergehen gegen das Verbot von Zauberei durch Minderjährige außerhalb der Schule ist. Er verlässt das Haus der Dorsleis, läuft ziellos durch die Straßen und begegnet dabei einem großen, schwarzen, gefährlich aussehenden Hund. Als er zurückschreckt, stolpert er und stürzt auf die Straße. Daraufhin taucht der fahrende Ritter auf, ein magischer Bus, der gestrandete Zauberer und Hexen an beliebige Ziele transportiert. Dieser bringt ihn nach London, zum tropfenden Kessel einer Zaubererunterkunft am Eingang zur Winkelgasse. Dort wird Harry zu seiner Überraschung vom Zaubereiminister Cornelius Fuchs freundlich empfangen, der sein Malheu bereits rückgängig machen ließ und nicht vorhat, ihn zu bestrafen. Zudem darf Harry den Rest der Sommerferien im tropfenden Kessel verbringen und aufbitten von Futsch. Diesen nur für Besorgungen in der Winkelgasse verlassen. Kurz vor Schulbeginn trifft die Familie seines besten Schulfreundes Ron Weasley im tropfenden Kessel ein. Harry erfährt durch einen Streit zwischen Arthur und seiner Frau Molly Weasley den Grund für die Freundlichkeit Futsches. Der verurteilte Massenmörder Sirius Black ist aus dem Zauberer-Gefängnis Askar-Bahn ausgebrochen, um, wie man vermutet, Harry Potter zu töten. Black soll als mutmaßlicher Anhänger von Lord Voldemort aus Rache für dessen Fall einen Massenmord anmuggeln und einem anderen Zauberer verübt. Haben, zu Beginn des Schuljahres herrschen deutlich verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Auf dem Weg ins Internat stoppt der Hogwarts Express und wird von Dementoren durchsucht. Diese rufen die schlimmsten Erinnerungen der Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung hervor, darum ist Harry besonders stark betroffen. Er erlebt die Tötung seiner Eltern erneut mit und bricht ohnmächtig zusammen. Der neue Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste, Professor Lippe, vertreibt die Dementoren. Hermine verwendet mit einer Sondererlaubnis des Ministeriums einen Zeitumkehrer, mit dessen Hilfe sie mehrere parallel laufende Unterrichtsstunden nacheinander besuchen kann, wovon Harry und Ron nichts wissen. Hagrid stellt in seiner ersten Unterrichtsstunde als neuer Lehrer Hippografe vor. Der Hippograif Seidenschnabel attackiert dabei Draco Melfeu, woraufhin Dracos Vater Lucius dafür sorgt, dass Seidenschnabel vom Ministerium zum Tode verurteilt wird. Da Harry keine Erlaubnis seiner Erziehungsberechtigten vorweisen kann, darf er nicht wie die anderen Schüler am Ausflug nach Hoxmiade teilnehmen. Zum zweiten Hoxmiade-Ausflug bekommt Harry jedoch von Fred und George Weasley die Karte des Rumtreibers geschenkt. Wie sich herausstellt, wurde diese Karte einst von vier Schülern, den Rumtreibern, erschaffen. Mithilfe der Karte gelangt er durch einen Geheimgang nach Hoxmiade. In den drei Besen belauscht er ein Gespräch und erfährt, dass Sirius Black sein Pate ist und seine Eltern an Voldemort verraten haben soll. Es häufen sich vermehrt Hinweise darauf, dass Black sich in der Nähe von Hogwarts aufhält. Schließlich gelangt Black in die Schule und dringt sogar in den Griff in der Schlafsaal ein. Harry stürzt während eines Quidditch-Spiels aus großer Höhe ab, als Dementoren über dem Spielfeld auftauchen und er wieder das Bewusstsein verliert. Professor Lippell lehrt daraufhin Harry, wie er sich mittels des Patronus-Zaubers gegen Dementoren schützen kann. Der letzte Ausflug Herries nach Hoxmiade wird von Draco Malfoy, den Harry an der heulenden Hütte getarnt unter den Tarnumhang attackiert hat. An Professor Snape verraten, Snape zieht Lüppe zur Untersuchung des Vorfalles hinzu und Lüppe nimmt die Karte der Rumtreiber an sich. Hermines Kater Krumbein versucht seit Schuljahresbeginn, Rons Ratte Kretze zu fangen. Als Halbkniesel spürt Krumbein, dass mit der Ratte Kretze etwas nicht stimmt. Nachdem Sirius Black in den Griffindur-Schlafraum eingedrungen ist, verschwindet Kretze und Ron verdächtigt Krumbein, die Ratte gefressen zu haben. Harry und seine Freunde wollen Hagrid während der Hinrichtung Seidenschnabels Beistand leisten und finden in Hagrids Hütte Kretze und nehmen ihn mit. Zurück auf dem Rückweg zum Schloss wird Ron von dem großen schwarzen Hund, den Harry bereits in den Sommerferien beobachtet hat. Angegriffen und durch einen Geheimgang unter der peitschenden Weide in die heulende Hütte verschleppt, wodurch Ron am Bein verletzt wird. Dort verwandelt sich der Hund in Sirius Black zurück, der ein Arne Magus ist. Sirius will nicht Harry töten, sondern den als Kretze getarnten Peter Pettirev. Professor Lüppi erkennt auf der Karte der Rumtreiber, wo sich Harry, Ron und Hermine befinden und dass noch eine vierte Person bei ihnen ist. Er eilt ihnen zur Hilfe. Black und Lüppi, alte Schulfreunde von Harrys Vater James, versöhnen sich. Jeder glaubte von dem anderen, er sei der Spion Voldemorts. Sirius und Remus zwingen Kretze, sich in einen Menschen zurückzuverwandeln. Harry erfährt, dass in Wahrheit Peter Pettirev, weilias Kretze ein heimlicher Anhänger Voldemorts ist. Er gehörte damals auch zum engen Freundeskreis der Potters. Pettirev hat in seiner Eigenschaft als Geheimniswahrer den Aufenthaltsort von Heris Eltern an Voldemort verraten. Der Verräter verstand es Sirius Black, der ihn gestellt hatte, die Schuld an dem Geschehen an Halloween 1981 in die Schuhe zu schieben. Harry verhindert schließlich, dass Sirius sich an Peter recht, um so Sirius Rehabilitation zu erreichen. Die Karte des Rumtreibers erweist sich als ein Jugendstreich jener vier ehemaligen Schulfreunde. Auf dem Weg zurück ins Schloss verwandelt sich Lippe durch den Vollmond in einen Wehrwolf und kämpft mit Sirius, der seine Hundegestalt annimmt. In dem Durcheinander entkommt Pettirev erneut. Black wird gefangen genommen und vorerst ins Schloss verbracht. Der Zaubereiminister beschließt ihm von den Dementoren die Seele aussaugen zu lassen. Auf Dumbledores Ratschlag hin nutzen Harry und Hermine den Zeitumkehrer, um drei Stunden in der Zeit zurückzureisen. Sie retten zunächst Seidenschnabel vor seiner Hinrichtung und fliegen mit ihm zum Schloss. Wo sie Sirius Black kurz vor der Ankunft der Dementoren befreien, Sirius Black flieht mit Seidenschnabel und bringt sich damit in Sicherheit. Harry ist glücklich, in Sirius eine Art Vaterfigur gefunden zu haben, muss jedoch in den Ferien weiterhin bei den Dursleis leben. Da Sirius als flüchtig geltender Verbrecher ihm kein Zuhause bieten kann, Ausgaben. Englische Ausgaben Joanne K. Rowling Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Bloomsbury Publishing London 1999 ISBN 0-7475-42155 Joanne K. Rowling Harry Potter and the Gefangene von Azkaban Kalzen Verlag Hamburg 1999 ISBN 3-551-55169-3 Joanne K. Rowling Harry Potter and the Gefangene von Azkaban Kalzen Verlag Hamburg ISBN 3-551-55210x Joanne K. Rowling Harry Potter and the Gefangene von Azkaban Kalzen Verlag Hamburg 2007 ISBN 3-551-35403-0 Punkt Hörbücher Joanne K. Rowling Harry Potter and the Gefangene von Azkaban Der Hörverlag München 2001 ISBN 3-89-584-7038 Punkt